Hallo, ich bin der Dennis aus der Bassabteilung. Hier habe ich einen Sandberg California JJ Soft Relic. Der Bass besitzt traditionellerweise einen Erdenkorpus, hat einen aktiven 2-Wand Equalizer, das sich auch passiv schalten lässt. Toll ist hierbei, dass die aktive Höhenblende als passive umfunktioniert wird. Außerdem hat er auch Häuser-Pickups statt den standard üblichen Delano Tonabnehmern, hauseigene Brücke, Ahornhals, Palisandergriffbrett, hauseigene Mechaniken, ganz traditionell. Folgend ein paar Sound Samples. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.